Ich drehe mich mal zu den Stufen um. Ja, also war deutlich zu spüren. Kannst du auch an dem Gesichtsausdruck von Swafgaard erkennen, dass er das wohl auch gespürt hat. Zuck mit den Schultern. Das ist normal, das passiert aber zu. Mhm. Gut. Na ja, ich werde nochmal... Achso. Ja, sag mal, ich suche mir ein paar gute Matrosen. Weißt du, wo man hier in Konchum die Besten auftreiben kann? Die Besten? Ja. Zollt und Säbel. Er deutet einfach mal über die Straße rüber, an der Flockenmeisterei vorbei. Zollt und Säbel, da fützt du halt, naja, eine ganze Menge. Sind nicht unbedingt die Besten, aber Preis-Leistung stimmt. Weißt du, Jan? Ja, sie müssen schon Mut haben, aber naja, ich feiere mit denen. Das soll dann, das soll schon helfen. Wenn du die allerbesten willst, dann gehst du in den Core-Tempel, aber wenn du mich fragst, sind das alles Aufschneider. Was, im Core-Tempel gibt es Matrosen? Nee, keine Matrosen. Aber die Leute verstehen ja alle was vom Seefahren. Na gut, gut. Zollt und Säbel findest du Söldner und Seefahrer. Geh da mal hin. Das ist klar, es war aufgehört, hat mich gefreut. Ich halte ihm so zum Männergruß den ganzen Arm hin. Das wohl, er verleiht aus. Gut. Auf, dass man sich wieder einmal sieht. Spätestens wenn du auf der Hohen See bist und ich mit deiner Seelschlange an dir vorbeireite. Haha, dann werde ich dich überholen. Nun. Auf irgendeinem anderen Tier. Auf keiner Seelschlange. Ja, auf einem Delphi. Ich gehe die Treppenstuben zum Tempel hoch. Oder auf einem Wal. Ah ja, so mich auch. Ja, dann gehe ich in den Tempel rein und werde mich nach Aschibis durchfragen. Ja, Aschibis, Sava Periman. Eine alte, von Wind und Wetter gezeichnete Frau, die wohl gerade dabei ist, ein paar Fische aufzuschneiden. Du guckst dir die Tiere an. Das sind wohl hochgiftige Exemplare, die sie hier aus der See gezogen hat. Und die quasi nicht zum Essen geeignet sind. Aber als Opfergabe sollten sie wohl auch trotzdem liegen. Bewahre. Er fährt zum Gruß. Was kann ich für dich tun, junger Bruder? Er fährt zum Große zurück. Ich bin einfach da aus. Von den Zyklopeninseln. Und seit nur zwei Monaten hier. Hier in den Gewässern. Sagt, wenn ihr hier mit der Huldigung ver... Darf ich euch zur Hand gehen? Ja. Daraus schneidet er auch sehr geschickt. Fische auf. Ähm. Mit euch ungestört reden dürfte. Würfelt mal eine Kochenprobe. Erleichtert um drei. Okay. Oder Fleischer, wenn du hast. Ja. Äh, Fleischer ist besser. Krieg ist auch ein Dreierleichter? Ja. Macht nicht sogar gar keinen Unterschied. Na, ungünstig. Und dein Jeep, wie hast du hier alle angegeben? Du gehst halt rum und die, 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 äh, Gedärme verteilen sich halt so ein bisschen. Ähm, aber sie lässt sich nichts anmerken. Was kann ich für dich tun? Äh, ich, äh... Ich hatte in der letzten Zeit Visionen. Wie ich gehört habe, gab es auch andere geweihte Brüder und Schwestern von mir, die solche Visionen erhalten haben. Von einer Efferzübe. Eine drohende Gefahr. Wasser, die sich erheben würden und das Land verschlingen. Kreaturen und diejenigen, die mit ihnen im Bunde sind, äh, würden aus den Tiefen sich erheben. In letzter Zeit zweifeln viele unserer Brüder. Gerade an dieser Küste. Der unergründliche Herr schickt uns viele seiner Visionen, die die wir nicht einmal wagen zu deuten. Ja. Ich weiß nicht, ob es, äh, unser Vater war, der der mir diese Visionen schickte. Ich glaube fast, das war, es waren seine Feinde. Ja. Cut. Was auch immer du tust, aber zweifeln darfst du nicht. Das tue ich auch nicht. Aber der Weg, der vor mir liegt, den... Ich weiß nicht genau, wo mich der Wind hintreiben wird. Das wissen wir nie. Ich komme eigentlich von den Zyklopen-Anseln und, äh, naja, mein... Der Tempel dort, in dem ich gelernt und dann, äh, zum Priester erhoben wurde, wurde von meinem Effort ins Meer zurückgespült. Ja, ich komme heute zu euch, um, um meine Ausbildung fortzusetzen. Ich werde demnächst einige Männer auf die hohe See führen. Und... Nun. Ich muss ihnen als gutes Beispiel und als Führer vorangehen. Unser Vater ist zuweilen, ja, stürmisch wie die See. Schwer zu deuten. Und, nun. Ich muss den Leuten sagen, was, was zu tun ist. Dass sie keine Angst haben müssen, wenn die Wolken sich verfinstern oder ein Ondra-Grollen durch die Himmel schallt. Zehn Männer will ich anwerben und, äh, dann auf die See führen. Nun. Könnt ihr mir beibringen, wie ich, äh, einen Segen über sie, über die ganze Mannschaft spreche. Die auch im Angesicht, äh, der Kreaturen, die ich in meinen Visionen gesehen habe, nicht zu schaudern beginnen und stets hart im Wind segeln können. Äh, verzeih, Junge. Ich, äh, war etwas unaufmerksam. Äh, stell dir eine Frage noch einmal. Äh, verzeih, ich erkläre dir meinen Grund, warum ich abgedenkt war. Du sagst, du kommst aus den Zyklop-Inseln. Ja. Und du sagst, dass die Visionen, die der Unergründliche dir schickte, zuweilen nicht zu deuten sind. Das ergeht nicht nur uns Geweihten so, sondern dem eigenen Volk, dem Volk des Meeres. Vor ein paar Jahren, ähm, kam ein Neckar an die Küste in Rätis, die Zyklop-Inseln. Und überbrachte das Effard-Horn. Äh, es ist ein etwa zwei Spann langes, weiß-blau, rot gespenkeltes Muschelhorn. Und er überbrachte es den Einwohnern von Rätis, auf dass sie es behalten. Sie wussten es nicht, damit anzufangen und, ähm, sahen es als gegeben hin. Aber, äh, selbst dieser, äh, dieser Neckarmann, er, er war an der falschen Küste. Es wurde von einigen, äh, Helden in jüngster Vergangenheit, äh, von der einen zur anderen Küste gebracht. Denn der eigentliche, äh, Ort, äh, wo es seine Bestimmung finden sollte, ist, äh, Valusa. Das heißt, äh, selbst vor, vor einiger Zeit hat das Meeresvolk die Vision von dem Unergründlichen nicht verstanden. Nun, zu deiner Frage, äh, das ist dir eben das, was mir, äh, was mir einfiel, als du sagst, dass du von den Zyklopeninseln kommst. Und dieses Everthorn, das, wofür soll es benutzt werden? Äh, genug von dem Everthorn. Ähm, reden wir von, von dir. Du hattest eben eine Frage an dich. Ja, äh, ich... ... bin mit meiner Ausbildung nicht so weit, wie ich sein muss. Ich glaube, der Herr Everth wird mich, äh, schon bald prüfen und... ... darf nicht schaudern. Genauso wenig wie die Männer meiner Crew. Das bin ich. Fahr zu See, bleibe stark im Glauben. Du kannst dir aussuchen, ob du dich treiben lässt, oder ob du dich dem Bitten entgegenstellst. Das ist deine eigene Entscheidung. Aber das, was du nicht zweifeln... Also, du darfst nicht zweifeln. Du darfst ihn nicht in Frage stellen. Äh, die... ... die Ungeschaffenen werden dich prüfen. Und du musst widerstehen. Es ist, äh, nicht der Glaube, an dem es mir mangelt. Es ist... ... das Verständnis für unseren Vater. Und deswegen bin ich hier zu euch gekommen. Um seine Lehren in mich aufzunehmen. Um in dem Angesicht dessen, wovon ihr redet, führen zu können. Dann, äh, kommen doch die Tage noch einmal wieder zu. Ich kann dir vielleicht noch etwas mit auf den Weg geben. Wir zeigen, wie du meditierst. Sie leutert einmal auf ein großen, ja, ein großes Bersin. Äh, in der Mitte steht auch noch eine etwas größere Statue. Ähm, diesmal eine andere, also nicht dieser kriegerische F hat, aber äh, du kannst auch sehen, wie in diesem Bersin ein Geweihter in einer, ja, du hast jetzt so eine Hai-Rüstung an. Er hat eine Rüstung aus Algen angelegt, die sich um ihn herumgelegt haben. Und, äh, er liegt oder, äh, sitzt da auf dem Grund des Meeres und, ja, meditiert da wohl. Du hast ihn auch bisher noch gar nicht gesehen. Es gab keine Luftbasen, die nach oben gestiegen sind oder keine Bewegung von ihm. Er saß da einfach. Hab Dank, Bewahrerin. Ja, war ich wieder aufzusuchen. Die letzten Fische, äh, in das Becken kann erheben. Gut. Ja, dann kommt ihr alle wieder zurück zum Kontor. Nach und nach, äh, Wascher hat ihre Bombe getestet, ihre Granate. Und dann haben wir einen unbestimmten Tag später und ihr sitzt mal wieder mit euren Erkenntnissen allesamt an dem großen Versammlungstisch in dem Raum mit den, ja, nach und nach sich weiterfüllenden Bücherregalen, was auch immer da reingetan wird. Irgendwelche Informationen habt ihr aber immer noch, äh, viel leerer Raum. Weitere Informationen, Karten, Tagebücher. Und, ähm, ja, es wurde dann natürlich auch sowas wie Bewerbungsgespräche angekündigt aus den Tavernen. Es hat natürlich noch ein bisschen rumgegangen. Es hat also nicht untätig gewesen und, äh, so im Laufe der Zeit sollen wohl einige Leute dann zu euch kommen. Erfadaius hat dazu dann einen kleinen Parcours erstellt, in dem sie sich dann beweisen müssen. Ja, und ihr jetzt erstmal, wie gesagt, in diesem, äh, Besprechungsraum, habt wohl noch ein paar Stunden Zeit, bis das beginnt. Was wollt ihr tun? Ähm, hab ich mit den anderen jetzt schon darüber gesprochen, dass meine Bomben funktioniert hat und die Tour erstellt? Das musst du jetzt machen. Okay, alles klar. Ich wusste nicht, wie weit wir jetzt gesprungen sind. Ähm, nun, ihr, wie ihr wisst, ähm, war ich bei, naja, unserem verrückten Bekannten, meinem verrückten Bekannten und habe tatsächlich etwas gefunden, was unter Wasser in die Luft fliegt. Was? Er sagte, ich kann uns mehr davon besorgen. Es würde 50 Dukaten kosten, glaub ich. Allerdings scheint es sehr verwirrt zu sein und man kann ihm bestimmt da handeln. Und es fliegt unter Luft, wenn es unter Wasser kommt. Das ist der Clou, es wird, es bläht sich auf, wenn es nass wird und dann Es geht kaputt, wenn es nass wird. Also es fliegt in die Luft, wenn es nass wird. Mhm. Und das wollt ihr lagern auf einem Schiff umgeben von Wasser. Ja, dann habt ihr eine bessere Idee. Ein Brando ist auch ähnlich gefährlich. Also es war so eine Art kleiner Apfel, in den tat man Wasser hinein und dann naja, aber wenn man kein Wasser rein tut oder es wirklich trocken lagert in einer ziemlich verschluss solcheren Kiste oder in einem Fass, ich meine, ein Weinfass läuft ja auch nicht einfach aus. Wenn man es wirklich gut lagern würde, dann müsste es doch halten. Brindigian, ihr seid doch, ihr könnt euch doch auch mit sowas aus. Was meinen ihr dazu? Äh, klingt höchst gefährlich. Also, es gibt sicherlich Möglichkeiten, so etwas vor Wasser zu schützen, sei es nun, wenn man es, ob man es irgendwo einschlägt, in Wachstuch oder irgendwelche Behälter nimmt, aber ob das so eine hundertprozentige Sicherheit gibt, war ich zu bezweifeln. Ich glaube, die gibt es nie, wenn wir etwas anderes nehmen. Ja. Wie groß ist der Effekt von diesen, von diesen Gerätschaften? Hier, ich zeige mal die vier toten Fische hoch. Was? Wo habt ihr die denn her? Die sind im Wasser gesprobt. Oh, hier, an dem fährt auch die Hälfte. Was ist denn mit dem los? Ähm, die können wir essen. Bedroht, guckt sie einfach da ins Wasser geworfen, nicht wahr? Ich müsste sie doch testen. Ich habe extra geguckt, ob da Fische sind. War noch keiner hat sich darin gehofft. ob da Leute sind? Oder habt ihr euch einfach in den Narven gestellt und das Ding ins Wasser geschmissen? Natürlich habe ich geguckt, ob da Leute sind. Ich bin da nicht blöd. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Mensch, Mädchen. Feuer kannst du die Geschenke des Herrn Everth nicht verderben, aber so fängt man doch keine Fische. Da fehlt die Hälfte Mann. Du hast diesen Fisch getötet und jetzt verschwenden wir die Hälfte von ihm. Du weißt die Geschenke der Götter nicht zu schätzen. Deswegen habe ich sie doch mitgenommen und nicht einfach im Wasser gelassen, damit wir den Rest essen können. Ja, aber so angelt man nicht. Ich glaube nicht, dass sie so angeln wollte. Sie sagte ja, sie wollte nur testen, wie ihre Bomber funktioniert. Er verteilt aus, du holst mal eine Selbstwerchungsprobe. Das hättest du auch wirklich woanders machen können. Andererseits, andererseits hat er recht. Ihr hättet es auch in einem Fass mit Wasser tun können. Dann macht es beim nächsten Mal selbst. Ich wollte es testen, es hat funktioniert. Ja, aber beim nächsten Mal, ja, das werde ich beim nächsten Mal testen. Mann. Ich werfe da auch nicht einfach so eine komische Bombe in deinem Schlafzimmer. Wenn ihr bedenkt, Effadarios, wie viele Fische und Wasser sich unschuldige Kreaturen wir retten können, indem wir so eine Arche in die Luft sprengen, sind ein paar kleine Fische ja wohl ein Opfer, was gebracht werden kann. Ja, aber ich habe das Gefühl, du warst nicht drüber nachgedacht, wie viele Fische da drin sind. Habt ihr eigentlich beide den Verstand verloren? Da draußen schwimmen Dämoneneichen rum und scheinbar vermehren sie sich auch noch und ihr diskutiert gerade über vier Fische? Hab ich doch gesagt. Wenn wir mit Hilfe dieses Zeugs eine Dämoneneiche ausschalten können, dann retten wir weit mehr als vier Fische. Es müssen nun mal Opfer gebracht werden und wenn es nur vier Fische sind, dann nehme ich das gerne in Kauf. Nun zurück zum Thema. Er hat gesagt, er kann uns was davon besorgen und wenn es funktioniert, kann es mit Wasser reagieren. Ich denke, das Risiko ist natürlich da. Andererseits, stellt euch das Risiko vor, wir nehmen etwas, was wir anzünden müssen und wir schaffen es nicht schnell genug aus. Was bedeutet, wir werden drauf gehen. Oder wir nehmen etwas mit, was nicht hundertprozentig funktioniert. Ergo, wir haben es schon mal, wenn wir es überhaupt schaffen, in die Dämoneneiche reingeschafft und schaffen es, naja, nicht sie zu zerstören. Das heißt, wir bringen irgendetwas rein, sind da drin, gehen vielleicht auch drauf und haben es nicht mal geschafft, sie kaputt zu machen. Oder wir nehmen etwas, was sehr schwer da drauf zu bringen ist. Dein Logik kapiere ich nicht. Sprich doch mal deutlich. Das ist nicht, daran nicht zu verstehen. Deine Sätze, die sind so lang, da verliere ich total den Faden, kapiere ich es nicht. Na gut, er fährt alles. Passt auf. Erstens, rein, nichts passiert, hm, vielleicht hops genommen werden, tot. Zweite Möglichkeit, rein, tatsächlich irgendwo Sprengstoff hinlegen, er geht nicht an, weil er nicht funktioniert, hm, blöder Plan, vielleicht tot. Dritte Möglichkeit, wir nehmen das Zeug, was ich besorgt habe, bringen es rein, schleichen uns definitiv wieder raus, bevor es in Luft fliegt, und haben Glück und zerstören die ein Dämonarchen. Ja, aber was ich nicht kapiere, ist, das Zeug fliegt doch erst in die Luft, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt. Exakt. Aber erst langsam. Ich habe es genau gesehen, wir nehmen es rein in diese Arche, wenn wir es dort überhaupt rein schaffen. Und dann kann man es mit Wasser aufträufeln, und dann verzieht man sich schnell aus der Arche, und bis es dann in die Luft fliegt, ist es zu spät. Und aufhalten können sie es auch nicht mehr, wenn sie es entdeckt haben, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert. Achso, also hier wird reufeln, ist Wasser. Es ist feucht, aber es ist nicht nass. Wie viel Zeit verging denn, nachdem du es nass gemacht hast, und bis zur Explosion? Fossey, das musst du mir jetzt sagen, weil wir übersprungen haben. Wenn du es unter Wasser hast zünden lassen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Auf Nachfrage kann ich das hier aber auch nochmal erzählt haben, weil wir es übersprungen haben, wenn du es halt nicht unter Wasser hast, sondern überirdisch zündest, dann dauert das meinetwegen eine Minute oder zwei Minuten. Wenn man es wirklich dort rausschafft, dann hat man ein bis zwei Minuten Zeit. Das heißt, man positioniert das Ding, macht es nass, eventuell macht man es sogar feucht oder lässt man etwas drauf tropfen, damit es langsam reagiert. Dann verkrümmelt man sich schnell wieder, schwimmt weg, hoffentlich mit Hilfe von, naja, Effortsfreunden. Ja, weil du selbst nicht schwimmen kannst. Deswegen. Du kannst das ja auch machen, wenn du schwimmen kannst. Ja, ich kann schwimmen. Ich mache das dann auch. Dann sterben da keine Fische dabei. Aber ich will jetzt hier auch keine Streit anfangen. Also, ich kann so kleine Holzfässer, die wasserdicht sind, die kann ich uns herstellen. Da können wir diese Bomben in der Lager. Kommt auch sicher kein Wasser ran. Ich kenne mich da aus. Ich habe schon mal Schnapsfässer hergestellt. Okay, aber könnt ihr ein wasserdichtes Fass machen, das wir in einem wasserdichten Fass aufbewahren? Nur für den Fall, dass eins kaputt geht. Naja, ich würde dann gar kein großes wasserdichtes Fass herstellen, sondern eine Kiste oder so. Aber ja, das kann ich. Und dann schreiben wir drauf, bestimmt keine Bombe. Richtig. Und dann schlagen wir das Ganze auch noch in Tee ein oder so. Ja, ja, ich kenne mich da aus. Meine Kisten sind doch wasserdicht. was die Leute hier, was die Leute hier handeln, auf die Kiste schreiben. Ist doch scheißegal, ob es jetzt Alkohol ist oder irgendwas anderes. Es muss auch gar nichts draufstehen. Aber ihr wollt doch wohl nicht etwa lügen. Natürlich. Das ist unser Schiff. Können wir draufschreiben, was wir wollen. Also, Jalan, ganz ehrlich, wer hat sich denn wirklich die Hucke vollgelogen, als er in die Mine gegangen ist? Habt ihr? Das musste nun mal sein. Also, habt ihr gerade selbst eure Frage beantwortet? Das muss nun mal sein. Lügt man eigentlich, wenn man was auf das Fass schreibt, was eigentlich gar nicht drin ist? Ist das ein Gelogen? Keine Ahnung, halt dich da raus. Wir könnten seiner Sprache schreiben, die eh keiner versteht. Dann ist es auch keine Lüge. Vielleicht steht da sowas wie Gut. Scheint einfach gar nichts auf den Mannes Schloss dran. Richtig, warum schreibt ihr überhaupt was drauf? Hab ich doch gesagt, ihr müsst auch gar nichts drauf schreiben. Dann schreiben wir nichts drauf. Also gut. Wir können auch oben was reintun, was gar nicht drin ist. Zum Beispiel Stoff oder Alkohol und dabei ist was ganz anderes drunter. Hab ich euch jetzt richtig verstanden. Ihr wollt jetzt ein wasserdichtes Fass bauen, mit TR versiegeln und da eine Bombe reintun und dann mit diesem Fass bekleidet gehen wir auf Dämonenarchenjagd. Also, nur mit dieser mit dieser Okurie, die draußen liegt. In der Hoffnung, dass wir es ins Innere schaffen und dann das Fass zum Explodieren zu bringen, in der Hoffnung, dann irgendwie wieder wegzukommen, wo wir selber nicht genau wissen, wo das ist und wann das ist und wie wir da wegkommen. Gute Idee. Ich hab schon Dinger mit geringeren Überlebenschancen angenommen. Hm. Sagen wir so. Aber sie hat recht. Ist dieses kleine Ding, was wir da haben, dieses kleine Schiff, Verzeihung, können wir es opfern für eine Dämonenarche? Gesetz den Falls. Und wie? Wie kommen wir dann wieder da weg? Naja, Gesetz den Falls, wir lassen uns fressen. Wir müssen ja nicht alle an Bord sein. Wenn wir die Dämonenarche sehen, fahren die anderen schnell mit einem größeren Boot oder Schiff weg und zwei bleiben an Bord. Die zünden das Fass. Die lassen sich auffressen. Und dann, wenn dieses Fass in dem Ding drin ist, versucht man schnell wieder rauszukommen. Mit Hilfe dieser Geschichte, die ich vorhin vorgelesen habe. Und das heißt, es müssten nur zwei rausschaffen. Der Rest wartet dann mit einem Schiff weiter weg. Auf das Schiff kommen dann die geschwommen, die schwimmen können. Wir sollen uns also darauf verlassen, dass sich zufällig eine Öffnung in der Arche auftut. Um rauszukommen. Gesetz den Fall, Gesetz den Fall. Mann, Mädel, du hast doch noch nicht mal eine Arche gesehen. Ich lebe es dir, es wäre super schlau. Okay, was hat ihr denn da vor? War schon. Ich versuche einfach nur Pläne zu bringen. Wenn ihr böse seid, dann geht doch einfach irgendwie weg und heult. Bringt ihr doch was Besseres, anstatt die ganze Zeit gegen zu sein. Naja, also zum einen ist der Fadaios gerade total unhöflich. Wir hatten uns gar nicht, dass wir es nicht machen. Und dann kann ich das auch selber machen. Ja, und dann verteidige ich auch Besscher. Und das Zweite, und das Zweite, Hallo, jetzt unterbrich mich nicht. Und das Zweite ist, dass wir schon gesehen haben, wie sich einer geopfert hat. Geri Götter will vom Berg und vom See. Der hat sich auffressen lassen. Und da ist nichts passiert. Er hatte auch keine Bombe. Der hatte ein ganzes Schiff unter sich. Okay, was haltet ihr davon? Wascher, ihr besorgt die Bombe. Herr Fadaios, jetzt sind wir das Fass. Und dann besorgen wir uns erstmal mehr Informationen über die Sachen. Gucken, wie wir weiter vorgehen. Aber ich denke, es zu haben ist schon mal ganz gut. Und dann können wir das irgendwo ganz da hinten in der Ecke verstauen. Er hat gesagt, solange wir es trocken lagern, passiert auch nichts. Unter dem Bett von Fadaios. Fadaios schläft auf der Ukurie und wenn die Ukurie nie Luft kriegt, haben wir Probleme. Deswegen unter dem Bett, was hier steht. Warum nicht? Wir haben noch das ganze Obergeschoss des Docks. Da kann man das wunderbar lagern, ohne dass es irgendjemanden umbringt, wenn es doch hoch geht. Und wie gesagt, Fadaios, wenn ihr einen besseren Plan habt, schlagt ihn gerne vor. Ich gebe hier nur theoretische Ansätze. Ja, Theorie, Theorie, weißt du was? Es gibt hier gar keine guten Pläne, eine Dämonenarche hochzunehmen. Weißt du das? Es sind schon so viele dann gestorben. Wir wissen einfach nicht genug. Und solange wir nicht genug wissen, brauchen wir auch keine weiteren Pläne machen. Und wenn ihr keine bessere Idee habt, dann könnt ihr sie auch in Ruhe lassen. Also gut, ihr macht jetzt diesen Parcours fertig und dann gucken wir uns an, was die Söldner machen. Gucken wir uns an, was die Söldner machen. Und dann sehen wir erstmal, dass wir diese Schiffe sehr taublich kriegen. Dann warten wir auf die Söldner von Beilung und dann hat vielleicht Dexter Nemrath einen neuen Plan für uns. Hoffen wir es mal hin. Es scheint nicht so, als hätten wir auch... Perfekte Abschluss... Perfekte Abschlussworte. Gut, damit beende ich die Runde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.